Das bringt ja stark Wichtig, ich habe in meiner Schublade noch einen Kuchen von heute Mittag Dafür, dass sie befördert wurden Jetzt kommt es Ja, warte es ab Warte es einfach ab Alles Gute Ich stehe jetzt einfach mal hier hin Warte Ich habe für Sie einen ganz speziellen Kuchen Das ist jetzt nicht Ihr Ernst Oh Herr Blöck, ich wusste es schon immer Ich kann es hier noch gerne einpacken, den Kuchen Zum mitnehmen In Tupperdosen bitte Ich weiß gerade nicht, welcher ich mich besser finde So Die Tüte oder Was ist das?